Oh, einer von uns muss erster werden, sonst... Alter, was denn? Alter... Natürlich fahre ich erstmal wieder gegen einen unzerstörbaren Pfeiler. Alter, das regt mich gerade richtig auf. Alter, ja... genau. Noch aggressiver ging's ja nicht, oder? Dreht mich einfach so um so. So, umgedreht. Ach genau, jetzt bin ich am Check vorbei. Er wollte mich verarschen.